Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lexikon Video. Mein Name ist Drage und ich werde euch heute vorstellen, wie ihr mit eurem Lebensgefährten den Bund über die Ewigkeit eingehen könnt. Los geht's! Um eure unendliche Liebe bis an euer Lebensende zu festigen, gibt es nun die Möglichkeit, eine Ehe zu schließen. Mit der Eheschließung sind die Weasel News beauftragt. Für die Eheschließung stehen euch verschiedene Dienstleistungspakete der Weasel News zur Verfügung, welche im Forum einsehbar sind. Nach der erfolgreichen Buchung einer Hochzeit und dem Hinfiebern bis zum Datum des großen Tages steht die Hochzeitszeremonie an. Wenn die Partner am Ort des Geschehens angelangt sind, so treten diese zum Altar, wo schon der Reporter wartet, um die Trauung durchzuführen. Nachdem beide die Trauung bestätigt haben, sind diese im Standesamt, in das Eheregister und im Forum in das Buch der Verliebten eingetragen. Eine Ehe zeigt nicht nur nach außen hin eure Verbundenheit zueinander, sondern bringt den beiden Ehepartnern auch handfeste Vorteile. Folgende Vorteile können du und dein Ehepartner genießen. Die Partner können nun auf den Kofferraum der jeweils anderen Fahrzeuge zugreifen. Außerdem können Schlüssel für ein Fahrzeug nun über einen Zeitraum bis zu zehn Jahren vergeben werden. Um eine gemeinsame Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft zu garantieren, steht es den Ehegatten offen am Haus des jeweiligen anderen zu spawnen. Für ein heimisches Umfeld in den eigenen vier Wänden können von nun an beide gemeinsam sorgen, denn jeder der Ehegatten kann das entsprechende Haus oder die Wohnung einrichten. Wie auch bei den Fahrzeugen kann auf das Haus oder Wohnungslager gegenseitig zugegriffen werden. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video das Ehesystem und dessen Vorteile näher bringen konnten und sind schon gespannt auf die zukünftigen Trauungen. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter forum.vio-v.com. Abonniert gerne den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen und lasst eine Bewertung da. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß auf VOV und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!